was geht was geht dritte mal dass ich dieses intro drehe eigentlich schon das ende des videos aber ich drehe jetzt ist der anfang weil man eigentlich am Anfang combat beschissen war und ich bin gerade mit Tami im discord sag hallo sag doch was und gleichzeitig drehe ich gleich noch das ende also wir sehen uns am ende wieder viel spaß mit dem video haben die e-mail bekommen dass es am nächsten tag schneiden soll was ich erst nicht glauben wollte am nächsten tag hat es dann wirklich geschnallt und dann kam Tami und ich und Yannick auf die idee uns zu treffen so jetzt geht's mit dem video und wir sehen uns am ende wieder es wird langsam naja ich weiß jetzt nicht ganz genau angefangen zu schnallen ich will dieses denn jetzt ist jetzt halb zwölf gleich oh jetzt sieht sie so aus es ist durchgängig stau ich will mich draufsetzen du ziehst perfekt digga angenehm oh meine kamera ist ein bisschen verbrauchenden porsche ich hab so schiss um meine kamera so Yannick zeig mal ein bisschen fahr ich den autofahrer ich mach coole shots was ist sagt auf insta neben auch dass der abo da welchen account das fünf Allen. Also hier sind alle seine fünf Insta-Accounts. Ja. Hier ist Tammy's Account. Weißt du, was geil ist hier im Schnee? Ja. Einfach einen auf den jetzt zu machen. Richtig rein und dann einfach so. Ich brauche mal. Oh, der ist immer gut. Gar nicht rutschen da. Oh Gott. Ich fahrrad schwer. Jetzt ist es leicht. Jetzt wird's... Oha. Okay, let's go. Oh. Tammy ist einfach Maschine. Es schneit. Es schneit. Kommt alle aus dem Haus. Die Welt. Die Welt. Sieht wie gepudert aus. Man sieht halt gar nichts. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Wir wollen. Ja, okay. Machen wir jetzt auch. Oh. Let's go. Ja, stop. Oh mein Gott. Hahaha. Wir sind immer richtig in Panik. Oh fuck, fuck. So mein Lieber. Plötzlich sind sie jetzt hier. Das ist schon eine seltsame. Das würde nicht funktionieren. Sieht da runterfaden. Ob ich jetzt hier leben würde. Super. Und es geht los, meine lieben Damen. Oh Mann, oh. Soll ich dich anschieben? Okay. Aua. Ja. Oh. 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 Warte. Wir sehen uns jetzt an der Rodelbahn wieder. So. Wir sind an der Rodelbahn. Wir sind seit 5 Minuten oder so schon hier. Ich hab nur vergessen, diesen Übergang zu machen. Hahaha. Jakob, du hast es geschafft. Hast du jetzt richtig da runterfahren? Ja, ich trau mich nicht. Ja, dann mach halt nicht. Oh mein Gott. Hahaha. Darf ich da auch runterfahren? Da im Fahrrad? Oh mein Gott. Hahaha. Hahaha. Der Charme von mir. Hahaha. Hahaha. Mario ein Rennen. Dü. 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 Die Story kann man drauf haben, dass Tammy noch auf die First Street heute. Und hier begann dann unser Masterplan. Plan A. Tammy dazu überreden, auf der Eisfläche zu rutschen und ihr dann heimlich richtig viel Anschluss geben, damit sie halt viel Tepport hat. Ja, sie ist wohl sogar direkt auf die Eisfluss gegangen. Nur, dass wir ihr Anschluss geben, fand sie nicht so cool. Aber, das war uns egal. Nein, das war nicht genug. Ich hoffe, ich hab's drauf. Ich hoffe, ich hab's drauf. Ja, also der erste Plan hat sogar relativ gut geklappt. Aber, das war uns noch nicht genug. Also, Plan B. Yannick rutscht mit Tammy zusammen und reißt sie dann am Ende rum. Ich tatsch dich an. Ich tatsch dich an. Ich tatsch dich an. Ich tatsch dich an. Oh, mein Gott! Oh mein Gott, ich tatsch dich an. Das ist ziemlich schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, du bist so wersend. Oh mein Gott. Erst fällst du hin. So, wir haben jetzt noch ein paar Fotos gemacht. Vielleicht seht ihr die dann auf unserem Insta, die ihr ja schon gesehen habt. Ich halte nicht nochmal einen Blinden, deine fünf Insta-Accounts. Vielleicht seht ihr die dann, wenn die dann schon fertig sind. Wahrscheinlich noch nicht. Wir fahren jetzt wieder nach Hause und da sehen wir uns wieder. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe gerade auch noch den Anfang des Videos gedreht, den ihr ja schon gesehen habt. Meine Mama war so lieb und hat mir den Kakao gemacht. Ein Gegrächt. Ja, Pech für dich. Auf jeden Fall, das war es mit dem Video. Tammy, lass einen Like da. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns bei diesem Video wieder. Ciao. Oh Gott. Ich habe gerade... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich habe... Ich tatsche dich an.